nun speichern wir hier scheint keiner zu sein und dann gehen wir packen ok das ist ein neuer tag ich dachte schon dass er gerade noch so dunkel aus ich habe keinen bock jetzt schon irgendwelche konfrontationen zu haben so wie gehen wir jetzt vorbauen wir uns hier zu dass hier erstmal keiner so leicht reinkommt ist das schon größerer aufwand das hier zuzubauen aber ich denke das wäre nicht ganz falsch wo ist denn hier die engste stelle hier ist ein engpass ne hier geht es steiler runter als da vorne ja so hier hier bauen wir uns eine mauer hin machen wir das dann mal wo haben wir die denn die maut haben leider nichts die sind schnell kaputt habe ich leider merken müssen einmal hier rein kann man jetzt nicht mehr rein bauen wo die haben wir einiges verbessert hier so was wollte ich denn jetzt wieder anzünden hier könnt ihr vielleicht mal eine tür hin wie viel holz braucht eine tür 5 so dann wieder paar mauern die fans wollt ihr klemm dich da an nein nicht so 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 ist gut können ja auch mal ein fenster rein bauen einfach nur weil es weniger holz bringt braucht ich drücke immer das inventar wenn ich was bauen will drück ich das inventar wenn ich ins wird inventar möchte hol ich das buch hervor die zwei komisch aus soll es sondern jetzt machen wir dann mit diesen bellen zu so ein oder zwei noch ja das so unten müssen eigentlich noch hier drunter auch noch was wo sind wir denn hier ungefähr untereinander leider sieht man das nicht die könnten das so ruhig anders einfärben wenn sich diese blaupausen wenn ich das mal überschneiden dass man dann eine färbung sieht da kam könnte man sich zumindest orientieren okay so geht es auch noch so eigentlich wollte ich dass das hierhin kommt jetzt habe ich ein salat das ist da unten dass man hier lang laufen kann da müsste wahrscheinlich noch einer hin das musste reichen siehst ja richtig geil aus und wir brauchen 58 baumstimme ich glaube ich wir brauchen uns dann mal kurzen schlitten und nahrung müssen auch noch finden das heißt stimmt erst mal nahrung haben dann bauen wir uns hier so einen kaninchen falle ich denke mal da das reicht wo sind die denn die traps ich glaube das reicht aber hier wollte ich das nicht haben ich wollte das runter haben aber ich wollte es noch drehen es reicht ja glaube ich wenn wir das hier da funktioniert es auf bewerteten gegen in bewertete gegen besser die falle ich weiß es nicht glaube nicht ich 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 brauch die denn so hier haben wir noch ein bei nie nicht mehr baum stimme noch ein das war jetzt aus vor das kann auch eine weichen dauern so wort nur hier die bäume nehmen uns auch noch mal weg hauen wir mal weg wir brauchen eine bessere axt obwohl ich glaubt ihnen die ein baum lasse ich da bauen wir uns hier kein baum haus doch hier bietet doch daran baue ich ein baum haus in diesem baum ja toll habe ich das da ist der andere ich vergiss immer dass man nur zwei baum stämme tragen kann ich will immer alle tragen daher suchen wir uns aber erst mal die gieß ein mauer ein mauer und halb haben schon mal das ging ja recht flott eigentlich nicht aber egal und wir sollten uns nahrung suchen so hier läuft nix herum ein baum holz nehmen wir dann auch mal bitte werde sonst unnötig gelaufen was wir jetzt nicht täten nein haben wir uns noch sooo und noch weitere 15 sticks kann man hier hoch sooo wenn die so wehren müssen müssen wir hier auch zubauen ey die kann man doch abbauen kommen sooo aber die nicht bekommen die sticks ich hoffe nur dass hier noch essen rumläuft vogel ist auch gut aber komm ich krieg die nie ja ach schlag daneben rutscht rutscht der vogel runter haha aber ich glaub der war der tote ähm schöne gegend hier der ist recht groß ne oder kommt da einen nur so vor ach wie haben wir unten eh noch baum stämme ein hasen wäre nicht schlecht oder ein ruhig wäre sogar noch besser die eigenen geräusche sind nicht ganz ähm synchron mit dem ähm mit der bewegung ist ein bisschen verwirrend ne denkt man immer hier ist was hat er nur 3 fallen gelassen ne kann er auch nicht nur noch 5 da ist jetzt nur im schnaufen der typ oh wir sollten uns dann auch wir sollten was zu essen finden nach vorne wollte er da ist schon sicher aber nur noch die 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 mit dem die 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 der die 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 das war hier nix und wie die paar und isa geht ja gar nix bevor die sich hinten einen anschleichen so hier können wir nix mehr tragen dann gehen wir mal weiter so jetzt das haben wir jetzt fertig ich hoffe der krieg läuft auch gleich schnellen hasen noch schnell hase rein ich glaube dann kann man auch dann mal catch machen machen wir das mal nebenfeuer damit die es schön warm haben schon mal antauben können schon mal geräuchert werden ein bisschen schon mal eine note aufnehmen so ich hoffe da ist gleich einer drin wenn man nix hin und sieht es blöd aus für uns ist aber hell aber schön und der zweite ist fertig eine feder haben wir das ich gehe mal oben in eine flache gegend rein wo es auch ein bisschen übersichtlicher ist vielleicht findet man dort ja schneller was zu essen auch wenn das bitte hier recht nebelig ist auch irgendwie ist ja neu ich habe ja hier spontan nix vorher war noch kein nix hin da ich sehe nix zu essen bin ich blind wieso spawnt hier nix und nicht mal ein reh ein reh wäre ja schon luxus da lebt man ja einige tage mit ist hier jemand was ist das denn man hört ja auch nix man hört ja auch nix außer sich selbst und ein paar bärchen retten uns auch nicht oh schade man es da dass man die hier da nicht pennen kann das können die ja auch durchaus mal machen was sind das denn komische pflanzen haben die hier was zu essen nö nur alkohol da war ein Hase wo bist du ärgert der uns und läuft knapp an uns vorbei und verschwindet hier irgendwo was sollen da scheißhase mit den Schatten sollten wir mal dran arbeiten nix alter ein Hase war hier gerade vielleicht ist da was in der Falle ich hoffe nee die steht auch noch hoch so hier gibt's doch nicht die haben gar nix ne shit oh nein das wollte ich nicht remove haben wir hier ne Fackel ne ist auch cool aber trotzdem ich wollte eigentlich nen Bogen machen was fehlt denn jetzt noch Feder brauchte man denn für nen Bogen grob kloß ein Seil oder geht wohl ein Seil sein was uns fehlt shit es war mal eben ein Riegel ansonsten sieht das gerade nicht gut aus vielleicht bauen wir einfach mal weiter bis was im Käfig ist in der Falle dann sieht es ja gut ob da was drin ist ja eigentlich ja eigentlich das die Bäume hier auf diesen Felsen abbauen weshalb auch immer ich möchte es einfach so kann man nein nein sind wir zu hoch für oh so die können wir ok Machen wir die zwei Hm Es hat doch einmal geklappt Oh oh Klappt es denn bei dir? Ja Hm, nur einmal und das war es Oh ne So, er macht die Animation Aber es passiert nichts Ein Sound kommt auch nicht